Ich zeige euch noch. Zeige euch mal. 10-15g Reis. Einen Bar machen, in die rechten Hände. Und die linken Hände eine Scheibe in die Mitte legen. Aber die schöne Seite kommt nach unten. Und ein bisschen Wasabi legen. Dann einen Bar legen. Einen Loch machen. Und oben und unten. Ein bisschen drücken. Dann von drei Seiten drücken. Nicht drücken. Dann zu den Fingerspitzen rohlen lassen. Zurück legen. Nochmals von drei Seiten formen. 180 Grad drehen. Dann seitlich drücken. Damit kann man rund machen. Nochmals von drei Seiten drücken. Dann geht es.